Moin, herzlich willkommen bei Labadie 1, 2, 3 zu einem kleinen Anime-Talk mal wieder. Ja, ihr seht schon heute mal, so ist es Zombie Teil 2 of the Dead und Shakugano Shana Staffel 2. Shakugano Shana habe ich tatsächlich den ersten Teil geguckt, ich fand den mega. Ich fand es auch gut von ProSiebenMax, dass sie den zweiten Teil gleich dahinter gemacht haben am 11.11. So, dass man die erste Geschichte noch davon auf den Kopf hat, dass es danach direkt weiter geht. Das Problem ist, ist es ein Zombie sollte ja auch eigentlich am 11.11. kommen, war halt nicht der Fall. Shakugano Shana Staffel 2 kam jetzt dafür, finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Finde ich auch gut, wie gesagt, weil bei ist es ein Zombie, ich glaube der erste Teil wurde bei ProSiebenMax. Lasst mich kurz überlegen. Ich glaube Frühling 2019 herausgebracht, auserstrahlt, auserstrahlt vor allem, ausgestrahlt. Fand ich auch mega geil, ist ein Zombie, finde ich übelst cool. Freue mich schon auf den zweiten Teil, bin gespannt drauf. Aber Shakugano Shana, ich finde es mega cool mit der feuerroten Flamme, der Flame, hey Shana, ich finde es mega. Aber wie gesagt, ich würde mich auch freuen. Ich finde es, wie gesagt, schade, das ist das Zombie Teil 2, der auch nicht kam, aber Yookley Wood Health sei irgendwas. Das wird definitiv, denke ich mal, noch kommen. Was sind eigentlich eure Lieblingsanimes? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Bei mir hat es mit One Piece angefangen, tatsächlich. Dann über Date Alive, zu Is It a Zombie, jetzt Shakugano Shana, Farytale, da bin ich ganz vergessen. Gehört auch dazu. Und viele, viele weitere. Banjo Stray Dogs. Also ich bin für viele Animes tatsächlich offen. Gut, das war tatsächlich schon ein kleiner Talk, so groß wollte ich es gar nicht halten. Dann bedanke ich mich schon für's Zuschauen. Und Prozimax, falls ihr es seht, was ihr nicht glaube, ich hoffe, ihr bringt bald Es It a Zombie nochmal im FreeTV. Ich würde es übelst gerne schauen. Oder Mediathek, je nachdem wie. Ich würde es nochmal übelst schauen. Bedanke mich für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssken, euer Labbi. Auf Wiedersehen.